Orthopädie Schumacher stellt im Prinzip orthopädische Hilfsmittel her für Kunden praktisch die nicht mehr mit normalen konfektionierten Schuhen versorgbar sind werden dann spezielle Maßanfertigung hergestellt. Was zu den Menschen passt oder was ihnen auch gefällt ist immer wichtig und dass die Leute dann auch ein gutes Gefühl haben und sie rauslaufen. Bei uns werden ja mit so die modernsten Einlagen gemacht die man so in Deutschland zur Versorgung benötigt und wir machen die per CNC mit Fußabdruck, mit Scannen, mit Anpassen, mit allem drum und dran. Wenn jetzt einer kommt wegen einem Schuh und ich sehe okay er könnte dann noch was anderes gebrauchen dann ist er im Prinzip bei uns genauso gleich richtig ohne dass wir ihn jetzt von A nach B jagen müssen. Das macht sehr Spaß manchmal kann man auch die Geschichten der Menschen mit anhören. Wenn sie Interesse am Handwerk, Departement medizinischen Grundlagen haben dann bewerben sie sich bei Storch & Weller.